In der Regel sitzen viele Menschen viel zu lange am Schreibtisch, im Büro oder an anderer Stelle und sind immer mehr verspannt im Nackenbereich. Ich zeige Ihnen einige Übungen, wie Sie sich lockern können. Das eine ist, Sie nehmen den Arm hoch und dehnen schön so auf der einen Seite, Sie dehnen auf der anderen Seite. Ja, Sie können auch natürlich zwischendurch mal sich so schön zurücknehmen oder Sie führen die Arme hinter dem Rücken zusammen und dehnen. Sie ziehen schön den Oberarm runter. Ja gut, ich weiß, das kann nicht jeder, aber keine Sorge, Sie können auch ein Handtuch nehmen, ein Schal nehmen und dann auf diese Art und Weise versuchen zu dehnen. Ganz einfach, nur Sie sollten es auch immer wieder zwischendurch machen und nicht vergessen.